Wir können jetzt noch eine Folge draus machen. Das wird jetzt der zweite Versuch. Und herzlich willkommen zurück. Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil, würde ich sagen. Von der letzten Mission. Ja. Am Anfang war das so ein angenehmer Job und dann kam der Jet. Ja. Aber Alice hat im ersten Schuss gleich den ersten Jet getroffen. Respekt. Es war aber glaube ich auch so eine Zielrakete. Ich hab da aber abköstlich geblieben. Beim zweiten, also zu tief darf ich auch nicht fliegen, weil dann kam ich nicht mehr hoch. Ja, hm. Mach das bitte nicht nochmal. Ja, ich war am Kopf. Und nachher, also, wie Flugsimulator funktioniert das einfacher, dann wieder hochzuschießen? Der Flugzeug hat gesagt, nee. Okay, das ist kein Problem. Kriegen wir jetzt hin. Easy. Aber jetzt hab ich das Propeller... Ihr müsst nur, ihr müsst nur dran, ihr müsst nur dran denken, dass wir das... Gut, das Team, wenn die Willung kaputt ist, ist halt die Willung kaputt. Weil wir werden vermutlich im Knast ein Leben verlieren. Oh nein. Ja, ja, das ist... Wir werden ja ständig beschossen. Wir stehen da ja... Wir müssen ja ständig Waffen holen. Äh, Weste holen. Äh, kurz, äh, uns verstecken. Also die... Ja, es gibt mir Mühe, dass ich die schaffe. Ah. Vielleicht sollte ich ein bisschen später auch starten einfach. Ähm, musst du aufpassen. Das ist nur ne... Ja, genau. Das ist nicht schlecht, wenn ihr beide später startet. Aber du hast ne Zeit. Ihr müsst die Zeit im Auge behalten. Das ist ganz wichtig. Ja, es ist für mich gar ne geringe Zeit, ja. Genau, ihr habt so ne, äh, Kulanz-Zeit. Die 6 Minuten. Ähm, genau. Also wenn die... Genau, wart ein bisschen. Das ist okay. Das ist auch ne gute Idee. Das hab ich auch immer gemacht. Äh, weil du hast dann immer Action die ganze Zeit. Das muss natürlich nicht sein. Weil wir müssen uns... Wir haben hier drin genug Action. Wir brauchen das eine Leben. Ich roll jetzt einfach mal auf Start. Okay, Gibi. Scheiße, komm schon, komm schon. Du musst die sofort erschießen, weil wenn ich meine Waffe ziehe, dann haben die meine Aufmer... Äh, unsere Aufmerksamkeit. Ja. Okay, äh... Machst du direkt weg. Auf sie hat 11 verstanden. Ja, machst du direkt weg. Nein. Komm schon. Fuck. Ich nehm mir direkt die Waffen. Ich knall den da vorne ab. Geh mal weg, Mann. Okay, ich rücke vor. Ja. Kommt da einer an. Nee, von oben kam keiner. Ich hab noch Wurst. Von oben ist einer. Hinter uns. Hinter uns. Oh. Der Arsch. Okay, gut. Alles klar. Äh, ich hab... Ich hab auch noch ne Weste, die hab ich an. Okay, perfekt. Woher. Ja, bleib stehen. Bleib stehen, das ist gut. Okay, wir nehmen uns alle Zeit, die wir bauen. Ja, würde ich auch sagen. Bleib stehen! Okay, also vorne auf der rechten Seite, auf dem Turm, den müssen wir erledigen. Ja. Geh du rechts, ich links. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Hab ihn. Okay, sehr gut. Unten. Und gegenüber. Ich mach gegenüber. Und da unten. Was ist eigentlich los mit dir? Okay, aber ich glaube, wir können vorrücken auch schon ein bisschen. Oh, noch nicht ganz. Ein Moment. So, der ist weg. Der ist weg. Ah, die Woche bestellt. Okay, ich nehm die Waffe. Das ist ein bisschen. Fuck, wir haben nicht stöhnen, der Beschuss. Oh, 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 oh. Ah, mal nicht. Okay. Ja. Ich kann das Rippe von weiter. Also, das ist noch der leichte Teil. Ja, definitiv. Okay. Okay, sehr gut. Hm, ich dachte, die schickten Profis, ja klar. Er ist da das nicht? Ne. Machst du das echt? Wir sind so das A-Team von den Profis. Ja, ja. Wir bräuchten so ein Intro eigentlich. So A-Team mäßig. Das wäre geil, glaube ich. Ja. Machen wir ein He-Man-Intro. He-Man. A-Team, das Original A-Team-Intro. He-Man. Sie sind das A-Team. Das passt eh, da bin ich Murdoch. Ich bin eh verrückt. Ich brauche ein bisschen Unterstützung. Ich bin da. Von wo werde ich beschossen? Da wurde das Intro gedreht. A-A-B-A-T. So, Mose IS! Oh, my darling. Oh fuck, ich bin fast tot. Dann bleib' dann erstmal unten. Unten bleib'. Okay, dann hast du. Ja, meine Zeit ist weg, bedeutet, jetzt kommt ein Kampfjet. Oh, ja. Wenn der die Tresche schützt, halt die Klappe, du bleibst. Dann rechts muss man reingekommen. Ja, ja, ich wollte mich da jetzt aufstecken. Achtung, okay. Okay, Vorrücken. Halt jetzt, geknallt. Ja, das war ich. Ich muss den Fing-Bus zerstören. Ich seh' dich. Hallo. Ich brenne noch nicht mal. Ja, wie lange? Der will nicht. Der will wirklich nicht. Okay, hier hinten stecken. Er hat mein Kamm. Das Jet got reset that one. Boah. Boah, ich bin fast tot. Okay, ich muss kurz warten. Bitte stirb nicht. Nein, nein. Bitte, bitte stirb nicht. Ich versuche es. Ich versuche es. Am liebensplan. Okay, Gibi, pass auf. Wir brauchen dich noch. Wo ist der? Hallo, Polizei. Wieso trifft der mich? Ich bin eine Ausweichrolle gemacht, Junge. Nein. 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 Das gibt es nicht. Dies ist ein Drecksarschloch. Soll ich sprengern? Okay, ich gebe es ein bisschen. Hast du genügend Energie? Okay, gut. Jetzt. Ja, verpiss mich, Alter. Da lebt noch. Ich brauche dich. Ja, ich kann das nicht. Ich muss halt erst Leute töten, bevor ich den Helikopter mitnehmen kann. Der ist assiger als der davor. Der hat die Ausweichrolle kennengelernt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viele. Okay, okay, bisschen warten. Wie viel Schuss habe ich denn überhaupt? Ich habe gar keinen Schuss mehr. Alter. Komm, wir haben auch recht. Chat verfolgen, Chat verfolgen, Chat verfolgen. Ich komme. Ich komme, ich komme. Ich muss das, was wir brauchen. Okay. 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 Ich will mir mal eine Munition wieder vor. Oder ganz in Ruhe den Chat verfolgen. Genau. Bleibt einfach cool, Leute. einfach cool es ist nicht leicht wenn er die ausreichwolle verstanden hat wie ich schon zählt der mich beim ersten Mal erwischt als sie ausreichwolle gemacht hat dahinten sind noch von mir was muss er kommt von die Bede möglicher Nassau abzuschießen immer noch ganz kurz ja noch ganz rausschauen nicht so lange es kommt kann ich darum Warte mal Warte mal ich glaube ich hab da ne Idee ist sie in der okay dachte schon wir müssen da vorne lang siehst du ihn? die Bede ist wieder eine Schutzweste aufgetaucht falls du eine brauchst da wo ich meine her hatte dann gehe ich mal da hin ah der fliegt noch der raucht wie ich nicht mich nicht mich das hab ich auch nicht doch der ist aber der ist auf einen flieg explodiert du bist halt in meine Rakete geflogen wo soll ich wissen wo er irgendwie kommt vorsicht okay wir können vorrücken aber da ist noch einer ja der ist perfekt der war gut was war das denn? ich wurde echt in die luft gejagt du bist voll in den berg geflogen moment mal du bist voll in den berg geflogen ich bin in der luft gewesen hinter dem jet ey du bist voll geil in den berg geflogen nein ich war nur ein kilometer entfernt da ist eine rakete an mir explodiert hast du zwei abgeschossen nein ich bin original hinterm jet geflogen du hast getroffen er ist runter und ich mach auf einmal du solltest vielleicht ein bisschen länger warten mit dem abfliegen ähm losfliegen ich hatte noch 30 sekunden oder sowas okay das äh länger geht dann ja EVERYTHING changes wooo 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 w度 w w w w Outro